So, ich muss eben den Cut machen, da es Essen gab. Und ja, das ist gerade ziemlich einfach, liegt aber auch daran, dass ich auf Lassi spiele, also ja. Auf Spiel wäre das Ganze dann wahrscheinlich schon mal wieder unmenschlich krass. Oh. So. Da würden dann hier wahrscheinlich noch 1000 Aliens rumfliegen, also 1000 Necromorphs und sonst noch was. Moin, Cover! Erich! Isaac, tut nicht. Hör nicht auf ihn. Geben Sie mir den Kodex, dann kriegen Sie sie zereig. Nein! Isaac, du weißt, dass ob es geht. Jetzt atmen alle mal durch, okay? Danny, geben Sie mir den Kodex! Oder ich töte Sie! Nein! Isaac, was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir, alle. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Nein! Ich habe es endlich geschafft. Die Finsternis hat eine Ente. Möge die Evolution beginnen! Möge die Linke! Möge die Flüge, wenn ich hier fertig bin, wird alles zusammenreichen. Alles. Du musst gehen. Nein! Ihr zwei müsst gehen. Gehen Sie zurück zur Erde. Erzählen Sie, was wir gefunden haben. Nein, mehr kann ich nicht tun. Sie können das nicht stoppen, Carver. Nicht ohne mich. Ich bin der Markerkiller. Klar. Isaac. Ich hatte mich von der Welt abgewandt, weil ich Angst davor hatte, was zu tun war. Abby. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Da drüben ist ein Shuttle. Ich will, dass du da mit nach Hause fliegst. Diesmal kommen nicht meine Wegen zurück. Wir wissen beide, dass ich nicht einkehre. Geh! Oh shit, na dann. Oh fuck. Bossfight. Okay, okay. 10 zugefügt. Capital 19, blablabla, Konveganzstrudel. Maschinen erreichen, alles klar. Ähm, da lang. Okay, 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 okay. Ein netter Weg, der hier gebaut wird. Äh, sehr nett. Oh shit. Oh shit. Ähm, okay. Ihr könnt ja alle mal zählen, wie oft ich komplett let's play mittlerweile schon, the fuck? Ähm, bitch please. Oh shit. Und sonst was gesagt hab. Ach nö. Ach, egal, ich schau's einfach auf dich. Äh, oder ich brauch nicht. Okay. Ja, wir stehen hier eh nicht unter Zeitdruck, also von daher. Können wir das hier ganz kurz klären. Ja, du kannst auch irgendwo anders rumwaggen. So. Sehr schön. Oh, krass. Geht doch. Die halten auch viel mehr aus. Oh shit. Moment. Okay, okay, okay. Ganz schnell. Oh shit. Oh shit. Durch da. Oh, wie ich das Vieh hasse. Ich hab noch nie eins von denen erlegt. Und ich hab noch nicht vor, das zu tun. Oh. Nix da. Das sieht ja wunderbar aus, da drüben. So, wir haben's gleich. Ach shit. Oh, das war ziemlich knapp. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass sie mir alle hinterher fliegen. Wow. Wo hätte ich da bitte durchgehen sollen? Ach du Scheiße, das Teil kam so schnell. Ähm. Okay. Wir machen jetzt einfach einen aus. Ähm. Ich hab keine Lust, zu viel Munition zu verbrauchen. Werden wir nachher bestimmt noch genügend von brauchen. Und hier können wir natürlich auch eins ausweichen. Haha. Also bitte. Und jetzt. Dieses Kackteil, Moment. Ist da, ist natürlich. Ist da, ist da. Äh. Na, komm. Äh. Oder eben auch nicht. Äh. Ja. So. Geschafft. Zwar mit ein bisschen weniger Leben, weil ich die Teile noch gecrashed hab. Aber trotzdem. Na komm. Ganz viel. Sehr schön. Ganz schön viel. Naja. So, viel dazu. Na, das dürfte reichen. Oh, verdammt. Na komm. Aber. Was? Hä? Hä? Ernsthaft? Okay, ich werde immerhin hier gespawnt. Oh. Ne, hä? Ach, du Scheiße. Werden wir von dem Teil umkreist, oder was? Ich meine, ich muss hier gerade noch irgendwas gestorben sein. Durch was auch immer. Ne, wir werden nicht umkreist. Hä? Deswegen bin ich gerade gestorben. Ja, ist gut. Oh, shit. Das hab ich gerade gesehen. Ah, fuck. Okay. Du fliegst jetzt erstmal weg. Und dich an dir legen wir jetzt. Ach, Mist. Oh, shit. Nicht cool. Gar nicht gut. Nein. Oh, ja, behal dich. Behal... Was? Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Vorher alles hinter uns einkracht. Oh, das wäre so eine gute Munition gewesen. Ach, Mann. Ich hab gar keinen Nerv für euch. Oh, fuck off. Wirklich. Äh, okay. Toll. Wie schnell wir gerade sind. Unglaublich. Puh. Nein, fick dich. Was? 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 Ernsthaft? Ach, nö, oder? So ein Scheiße. So, okay, 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 okay. Ähm, da lang. So. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen in Sicherheit. Ja. Anzugstation. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Neues freigeschalten haben. Man kann ja nicht wissen. Unser jetziger Anzug wurde ja auch einfach freigeschaltet. Ohne irgendeine Anmerkung. Soweit ich weiß. Ähm. Aber wir haben keinen neuen. Puh, okay. Blutmond. Twilight. Nein, natürlich nicht. Oh, okay. Äh, shit. Was genau ist mein Ziel? Oh, oh, oh. Jawoll. Aha. Haha. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, okay. Äh. Ich muss da rankommen. Ja. Ah, wir können. Ah, okay. Cool. Äh, wie zöne. Okay, alles klar. Ähm. Jawoll. Da, genau. Da müssen wir hin. Wooh. Autsch. Hallöchen. Ach, du Scheiße. Na, es kann ja was werden. Badass-Mode activated. Jawoll. Ja, jawoll. Okay. So, dann sollte jetzt aber irgendwo auch ein Auge kommen oder so. Na, knapp, der ist auch vorbei. Dammit. Das, war knapp. Okay, 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 okay. Ähm. Oh, shit. Oh, shit. Verdammte Scheiße. Okay, jetzt. Oh, du. Oh, du. Verdammt. Jawoll. Huhuhu. Das war knapp. Haha. Sehr schön. Ist das halt riesig? Das war, was sie gesagt hat. Okay. Ah, noch mehr Gegner. Und ein Auge. Wird auch endlich mal wieder Zeit. So, Marker und... Die motherfucker. Gut, Mini-Marker. Oh. Sneaky. Okay. So, okay. Um... Ja, ja, klar. Schon dabei. Na, komm. Geht doch. Haha. Heilige Scheiße, ist halt groß. Das Ganze jetzt nochmal. Fuck. Verdammt. Zu weit. Nein. Versch bitte. So, und nochmal ein Auge. Weg mit dir jetzt. Jawoll. Sehr gut. Das waren alle Augen, oder? Ja. Sehr gut. Oh, ja. Oh, fuck. Da kommt. Oh, shit. Oh, ekelhaft. Cover. Mein Bro. Na, komm. Na, hole dir. Das hört sich so falsch an. Was warst du denn? Wir benutzen die Kodex. Ja. Also kein Scheiß mehr. Wir werden jetzt hier sterben. Dafür hat die Erde wieder eine Zukunft. mit dem. Cover. Cover. Okay. So, ich habe die Kodex. Ich habe die Kodex. Ich habe die Kodex. Untertitelung des ZDF, 2020